Musik Hier geht es um die Zukunft der deutschen Landwirtschaft. Ich bin Jahrgang 66, mein Sohn ist Jahrgang 2003, befindet sich aktuell in der landwirtschaftlichen Ausbildung und für ihn und für seine Kumpels bin ich heute hier und streiten dafür, dass wir auch in Zukunft eine deutsche Landwirtschaft haben und nicht, dass wir alles irgendwie aus den nächsten EU-Ländern oder aus Südeuropa oder Südafrika, Südamerika nach hierher importieren müssen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020